aber um und das ist eine aber so viele wie es geht okay mach ich gerne doch bei der bauern brauchen wir auch 20 die mussten reichen so 16 habe ich schon mal geschätzt und hier dann 15 aufgesammelt ach man braucht keine Zelle dafür was hat mich da jetzt weg ach ja es ist nacht ich bin verdammt dankeschön sag ich noch mal anfangen mit der Tür ich habe schon fünfmal angefangen die Tür abzubauen ey Creepy warum bist du runtergefallen? hat er keinen Bock auf dich ich merke schon dass er keinen Bock mehr hat auf mich danke Wiese fällt alles runter weil ich antaut schon das gefällt mir nicht ich nehme an die mögen mich nicht aber ich finde schon toll was wir eigentlich so geschaffen haben heute das war eigentlich ganz gespawndet sind bzw. uns der Sand runtergefallen oder mir ja das steht auch ziemlich knapp was ich gemacht habe und 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 mir fällt auf ich brauche Fackeln weil sonst wachsen niemals Millionen oder so das war dein Schild das ist ja klar ja ja klar ja klar ja klar ja klar ich brauche Fackeln 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 ja und du meinst ich habe das so schön sortiert noch bedäubelt es gibt das Leben steht aber kein Mund Lundin erläutig hätte doch gerade noch Holz in der Hand die Bratte wieso geht das Holz weg ich hatte es ja nicht es gab drei verschiedene Holzarten fünfmal angefasst jedes Mal wo ich sie in den Mauszeiger und Schneider hatte ging die weg zu wollen und die Manni mögen dich nicht Nürnberg 1 2 1 2 3 mit spätabelt drei kommst du in Form und in mir ein schöne Stadtzau Ja, also, wie viel Koppelstern hast du? Vier Stück, ich möchte den ganzen Stack haben, dann kann ich die Koppelstern, beziehungsweise will ich dann die Koppelstern woanders hinmachen, Fabrik, Tüten, Tüten tun. Ja, okay, Tüten tun, Tüter das. Achso, ich hab da jetzt nie genug Menge, weil ich haben wollte. Ich wollte mir doch einen Schwert craften. So, das möchte ich haben. Den ganzen Blühner schmeiß ich wieder weg. Ach, Dieter, Mann, ich komm auch wieder durch den anderen. Ich hab schon elf Stück. Zwölf Stück. Seit wann kann ich wo Zeune hüpfen? Könnte ich vorher auch noch nie. Warst du auf einem Stein drauf? Anscheinend ja. Idiot. Was ist hier? Aber... Das da kommt ja noch weg, da wo Dinge ist, wo die Kaktusse sind. Genau. Die Kaktusse wachsen, aber der Bambus nicht. Ich hab gehört, der Bambus wächst auf... 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 Auf Sand besser. Und schneller. Hab ich zugehört. Tu halt das Sand hinbauen. Du musst halt am Wasser sein. Ich will eigentlich hier die Mop-Dingsbums weiterbauen, eigentlich wollte ich mal... Oh, ich geb mal kurz einen Leder. Ist jetzt eigentlich hier ein stetiges Hin und Her, Hin und Her, Farben da, Farben da. Ja. An sich, äh, die Aufgabenliste besteht ja zur Hälfte schon nur aus Farben hier, Farben da, ne? Ja. Spawnen schon in Never welche, oder... Hast du noch gar nichts gemacht? Ich hab jetzt zwar eine Plattform, aber da spawnt nichts drauf. Größer machen. Ja, ich bin ja dabei, aber dafür brauche ich Cobblestone. Ein Cobblestone krieg ich nicht so schnell. Wir haben ja hier nur einen Cobblestone-Generator. Hey, 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 wir sind hier zu zweit. Ja, du formst für dich, ich form für mich, ne? Ja. Wir können ja auch wieder nur einen Cobblestone-Generator machen, dann fahren wir noch schneller. Dann müssen wir nämlich warten, bis der eine fertig ist. Haha, haha, haha. Du, ey, du bist einer. So, jetzt versuche ich aber nicht wieder abzukacken, indem ich runterfliege. So, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das, einmal das und das und das. So, aber alles bitte ablegen und ohne runterfliegen, jetzt wenn ich kämpfe. Die Plattform da hinten mache ich auch noch große bei den Monstern, aber ich will jetzt erst noch die Cobblestone-Vaprik woanders hinbauen. Komm mit, komm mit, Skeletti, komm mit, Skeletti. Ah, ich hab gebackt. Ich hab backe, backe, kuchen. Backe, backe, kuchen, der Skelett hat gehofen. Auf die Fresse, geht bitte euch. Komm mal her, du kleines Arsch. Komm her, was? Ey, wie, du hast das Interesse? Wie? Hä, hä, was willst du, hä? Du kannst mir gar nichts. Chewonimo! Aua. Hört auf dich abgesehen. Nee, warte, komm zurück. Ich will nicht, dass es runterfliegt. Ich komme. Nein! Okay, ich bin unten. Es hat einen Knochen fallen lassen. Es ist aber leider runtergefallen. Das würde ich vermeiden. Ich hätte es ja geschafft, aber dann kommst du. Jetzt bin ich da, oder? Ja. Becke, becke, kuchen. Jetzt haben wir uns gerufen. Seid ihr echt so blöd? Lauf in die Kakteen, glaub ich, los. Nein, die sind nicht so blöd. Ich merke schon. Ihr seid höchstintelligent, bis sie gleich anfangen, spontane Selbstentzündung zu machen. Ach, 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 ach. Sag ich doch. Ich will mich kaputt machen. Spontane Selbstentzündung, aber nein. Ihr wolltet nicht auf mich hören. Die interessiert sich gar nicht für mich. Nein, nicht wirklich. Oh, Alter. Du Mongo, du hast der Ding abgeschlagen. Ich habe einen Baum getötet. Ja, mir fehlen irgendwie die Knochen. Ich will die Wings haben mich, ja, endlich. Ich werde toll, jetzt ist wieder Tag. Warum wieder keine Tolle? Toll gemacht. Und ich kann mich an die Wortwünsche. Wo bin ich? Ja, also wir würden noch irgendwo die... Koppis zum Generator, wird man den nicht irgendwo anders bauen? Wenn ich komme, ist ein HB, aber... Du brennst. Spontane Selbstentzündung, ne? Weitere Breite, du meinst das Land? Ja, nicht nur Zombies können. Betrifft Menschen und Zombie... äh, Zombiemenschen. Zombiemenschen, ja, passt. Oh, fuck, ey. Mein Bein. Ja. André guckt sich jetzt bestimmt Filme ab 18 an, ne? Und Pornos. Das meinte ich ja eigentlich gar nicht, ne? Aber ich. So, cool. Ich eigentlich auch, aber das ist hier irrelevant. Ja. Nio. Irgendwo schon. Äh. Oh. Hey, oh. Tja, also... Hier bin ich mir heute, dass du die Musik einsetzt, ne? Hm? Wirst du sie? Wirst du sie? Nein. Wirst du nicht Papa 4 und Musik? Nein. Ich stehe super mit bei Mokkern. Nein, 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 nein. Ach so, nein, okay. Ach, ja, gut. Ich gehe gleich mal kurz zu Mann zu Dings ums und so und tu da mal ein bisschen was ausbreiten. Und das ist ein Neter, wo kann der noch ein bisschen warten? Eigentlich ja.